Stehen Sie auch vor einer Migration Ihrer BW-Systeme nach BW4HANA und sind sich unsicher, welchen Migrationsansatz Sie wählen sollen? Liebäugeln Sie vielleicht mit dem Greenfield-Ansatz, weil Sie Ihre Datenmodelle für Ihr neues BW4HANA optimieren möchten? Und wollen Sie die Migration nutzen, um einmal so richtig aufzuräumen? Aber der riesige Bergarbeit, den eine Greenfield-Migration bedeutet, hält Sie zurück? Mit dem Migration-Booster können wir die gute Nachricht direkt vorweg schicken, denn er hilft Ihnen dabei, den Aufwand für eine Greenfield-Migration enorm zu reduzieren. Durch Wiederverwendung bestehender Objekte und mit gleichzeitiger Optimierung. Wie das geht, zeigen wir Ihnen in unserer Simulation. Der Migration-Booster dient als Mediator zwischen Ihren alten Systemen und Ihrem neuen BW4HANA-System. Sie wählen aus, welche Info-Provider und Info-Objekte Ihrer Datenmodelle Sie im neuen BW4HANA wiederverwenden möchten. Beim Import in den Migration-Booster werden die ausgewählten und auch alle abhängigen Objekte auf Knopfdruck gesammelt und umgewandelt. Sie können alle technischen Namen und Beschreibungen auf einen Schlag umbenennen, Objekte konsolidieren oder technisch anpassen und so auf Ihre neue BW4HANA-Architektur vorbereiten. Das erspart Ihnen eine Menge Zeit, weil es vollautomatisch läuft. Damit nicht genug. Benennen Sie Objekte nicht nur um, sondern passen Sie mit nur einem Klick alle Verwendungen in anderen Objekten an. So bewahren Sie die Konsistenz Ihrer Datenmodelle. Eine massenhafte Umbenennung kann bequem in einer Excel-Liste vorbereitet und dann in den Migration-Booster importiert werden. Nach der Optimierung Ihrer Objekte für BW4HANA können Sie alles noch einmal auf Konsistenz überprüfen. Sollten einige Objekte schon im Zielsystem vorhanden sein, werden sie für die Modellierung einfach wiederverwendet. Nun würde die eigentliche Mammutaufgabe beginnen. Nachdem die Info-Provider im neuen BW4HANA-System angelegt wurden, muss die Reporting-Ebene Query für Query neu aufgebaut werden. Und jede noch so kleine Detaileinstellung muss dabei berücksichtigt werden. Das kann Monate dauern und es schleichen sich bestimmt auch einige Fehler ein. Das alles nehmen wir Ihnen mit unserem Highlight-Feature ab. Der Migration-Booster nimmt die bestehenden Queries einfach aus Ihrem Altsystem mit, inklusive aller Elemente. Und die zuvor durchgeführten Objektumbenennungen werden konsequent berücksichtigt. Das macht den arbeitsintensivsten Teil einer Migration zur Kleinigkeit und spart eine Menge Zeit. Nehmen Sie alle Vorteile des Greenfield-Ansatzes mit, ohne Ihre BW4HANA-Migration zum Mammutprojekt zu machen. Mit dem Migration-Booster von BlueTeligence optimieren und übernehmen Sie bestehendes auf Knopfdruck und starten schneller im neuen System durch. Fordern Sie jetzt eine kostenlose Testversion an.